Weil sie sowas auch in einem normalen Spiel abziehen können. Dann mal ab zur nächsten Mission. Beim nächsten Klon. Der übrigens niemand geringerer ist als unser Lieblingssamurai. Dann bei. Oh ja. So. Wir haben hier zwei Fronten. Und die zweite Front, auf der brauche ich ihn. Einen guten Sir Xavier von Green Earth. Und zwar vor allem mit diesem Skill. Weil wenn ich ihn benutze, dann brauche ich seine Com-Towers. Und da unten. So. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können auf Nummer sicher gehen und Grid mitnehmen. Oder wir können die lustige Variante nehmen. Und benutzen Rachel. Was ich jetzt eher bevorzugen würde. Was nehmen wir denn hier noch mit? Der schadet eh nie. Ein paar Einheiten produzieren können wir hier ja. Okay. Wir probieren das jetzt einmal mal so. Dann fangen wir mal an zu schießen. Auf der Sicht der Powerbar füllen möge. Weil wenn ich Rachel spiele, spiele ich sie eigentlich immer nur wegen ihrer Super-Core-Power. Alles andere an Rachel ist relativ uninteressant. Aber ihre Super-Core-Power ist einfach nur krass. So. Du kommst in die Nähe von diesem Com-Tower. Dich kann ich jetzt da gar nicht in die Nähe bringen, weil die Artillerie da im Weg steht. Dich positionieren wir mal hier. Du kannst hier hin. Du fängst an, den da zu besetzen. Da, 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 da. So, dann. Den brauchen wir auf der zweiten Front. Den brauche ich da oben. Wobei, der kann da stehen bleiben. Ich brauche jetzt nur... Ja. Bisschen Glück, dass er nix Dummes anstellt. Oh, ich wusste, ich habe was vergessen. Hätte vielleicht mal einstellen sollen, dass ich die zweite Front selber kontrollieren will. Das wird jetzt spannend werden. Hm. Mal sehen, wie sich der Computer so schlägt auf der zweiten Front. Das kann man immer noch einstellen. Ach so, das kann man noch einstellen. Okay. Einfach den Autopiloten ausschalten. Meinst du, der hätte sich nicht zugetragen? So, die normale Co-Power hat gerade geblinkt. Aber die normale Co-Power ist uninteressant. Ich brauche die super. Okay. Ich brauche die super. 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 Bei genauerer Überlegung, ich brauche das Ding da oben. Immer wieder schön, wie detailverliebte sie sind, dass Vögel über die Warte fliegen. Oh, ich hätte sogar schon fast die Super voll gekriegt, sehe ich gerade. Aber er hat seine Super voll. Na gut, die macht mir jetzt eh nichts aus. Seine Super ist relativ harmlos. Die sorgt nur dafür, dass seine Einheiten in zwei Felder weiter gehen bzw. fahren, fliegen oder was auch immer können. Und falls er von Straßen aus angreift, kriegt er einen relativ starken Boost, aber insgesamt ist seine Power relativ harmlos, wenn sie nicht in irgendeine Attack-Power mit reinfließt. Dort kann die ein bisschen verheerend sein. Ich brauche erstmal hier einen kleinen taktischen Rückzug. Die müssen sich mal ein bisschen besser formieren. Ich habe zwei Comtowers mit Xavier. Das sollte erstmal genug sein, um Kanbei zumindest einigermaßen ebenbürtig zu sein. Okay. Okay. Lass das Feuerwerk beginnen! Ich liebe diese Super-Core-Power. Einfach mal drei Raketen in die gegnerische Armee schießen. Weil der Schaden jetzt nicht direkt ersichtlich war, oder? Ich hab's einfach noch nicht gesehen. Ja, stell dir das einfach mal vor, wenn die ganze Armee vom Gegner auf einen Punkt steht, da gehen drei Raketen rein, jede macht 3 HP Schaden und dann ist die ganze Armee auf 1 HP. Also so ziemlich unbrauchbar. Ich glaub, den schick ich ihm auch mal lieber zurück. Ich bin mir noch nicht sicher. Glaub ich die jetzt noch brauch hier. So, auf jeden Fall machen wir hier jetzt erstmal Ende. Der Hauptteil seiner Armee ist schon sehr stark beschädigt. Ich muss übrigens hier nur die erste Front gewinnen, hier unten. Die obere Front, die gibt lediglich einen taktischen Vorteil. Weil der Gewinner mit zwei Cores weiterspielen darf. Da haben wir wieder toll eingesch... Dann gefädelt hier. Ja. 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 Nein. Ja. So, mehr geht gerade nicht. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe... Ja, er hat eine Super. Das wird böse. Sehr böse. Ich weiß nicht, ob ich die zweite Frontier gewinnen kann, aber... Ich bin gerade überlegen, ob ich mir einfach mal schnell zur Absicherung noch eine Co-Power reinhauen soll, einfach damit ich ein bisschen mehr Death kriege. Ich habe momentan zwei Comt-Towers, mit einer Co-Gabe komme ich damit auf eine Death von 160. Kriege ich nur noch 40% vom normalen Schaden, aber allein wegen dieser Missile hier kriegt er mir schon wieder die halbe Armee kaputt. Ich mag diese Black Bombs nicht. Am liebsten würde ich eine Super reinhauen, da wäre ich nämlich mal eine Runde lang unverwundbar. Ich benutze die Power jetzt einfach mal, damit ich hier überlebe. Jetzt kommt er mit seinem absoluten Killer-Move. Ich sehe da momentan nicht mehr allzu viel Gelegenheit, diese zweite Front noch zu gewinnen. Aber es ist ja auch nur die zweite Front, also... Solange ich ihm die Armee da oben auseinander nehmen kann, habe ich eigentlich auch nicht wirklich allzu viel zu befürchten. Hast du schon einen Plan, den du dieses Spiel erfüllen willst? Ja, momentan ist mein Plan, ihm die Armee Stück für Stück auseinander zu nehmen. Bei der Ausführung ist das immer noch so eine andere Frage. Ich bin gerade am überlegen, ob es überhaupt was bringt, ob ich ihm jetzt noch die Flak-Einheit da rüber schicke. Aber der hat noch drei Bomber, also einer ist fast tot, aber... Die Tatsache, dass er da oben noch einen Tank hat, das macht das Ganze auch nicht unbedingt viel besser. Außerdem hat er hier noch einen wunderbaren... Megatank. Ich kriege den da oben eh nicht mehr tot. Ich glaube, die zweite Front kann ich hier ziemlich aufgeben. Ich behalte die Einheiten dann lieber hier unten noch, damit ich da noch ein bisschen was habe. Zumindest habe ich jetzt hier auch mal eine Base. Bis zum nächsten Mal. Das ist alles. first das was das Das ist das Ich verwische nicht mal was mit meinen Missleinheiten, das ist ja ganz toll. Das kann ich genauso gut selbst bei Beginn jetzt. Ist ja eh egal was ich angreife, der hat einen Samurai Spirit drin. Ach der läuft noch. Ja, der läuft immer bis er wieder dran ist. Nein, los kann man. Macht den Finishing Blow. Na, wer macht denn nicht mal? Na, wenn ich ihn da oben noch ein bisschen aufhalte. Warum nicht? Dann habe ich da unten noch ein bisschen mehr Zeit, mich um den ganzen Schrott da zu kümmern. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann hier den Medium Tank aus dem Weg räumen, die dürfen mal fertig besetzen. Wenn ich ein bisschen Glück habe, kriege ich den Flughafen da unten sogar noch. Der Flughafen wäre in der Mission mehr als praktisch. Ja, was soll ich denn ausbilden? Ein paar Copter wären hier überhaupt nicht verkehrt. Vielleicht auch ein Bomber.